Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Wir befinden uns heute wieder mal auf Metropole Ruhrgebiet auf der OMSI Map hier. Und wir erfahren heute mal einen von mir repainteden Bus. Was heißt von mir repainted? Das PVG Repaint gab es schon, ich habe die Logos weggemacht. Das ist ein bisschen verbessert mit den Aufklebern und Urbanreisen raufgeballert. Das heißt wir haben hier ein Ex-PVG Fahrzeug bzw. Ex-VHH. Die VHH hat ja die PVG Busse komplett übernommen und jetzt gehört das Urbanreisen. Wir fahren die Innovationslinie 979 von hier Stärkrade Bahnhof bis zum Bottrop Zopp. Äh Bottrop Zopp. Ja und das ist der Bus. Urbanreisen habe ich hier hinten nochmal geschrieben. Ich habe keine Ahnung wo das in echt überhaupt alles stehen würde, wo ich die ganzen Logos und so herbekomme. Ich habe es mal ein bisschen unprofessionell gemacht. Das habe ich abgeschrieben. Witzigerweise war das mal mein eigenes Video. Von dem Bild quasi habe ich das abgeschrieben. Da stand das auch so drauf. Also einmal in Gladbeck in Bottrop. Der kommt vom Bottropper Betriebshof. Ist so halbwegs realistisch. Das Repaint ist ja fiktiv. Vielleicht gibt es wirklich einen Ex-PVG Bus in Bottrop. Ich weiß es nicht. Oder bei Urbanreisen vielleicht auch Ex-VH, Ex-Hochbahn. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. So wie ich das nämlich gesehen habe, haben die nämlich auch andere abgekaufte Busse aus der VRR. Aus dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Hier VRR habe ich auch hier nochmal rauf gemacht. Ja, ich denke, damit kann man leben. Wir fahren Void Diva Euro 2. Sprich, wir haben ein Dreigang-Getriebe. Boah. Ich bin schon mal eine Runde gefahren. Hört sich ganz geil an. Warum ist denn der heller hier? Liegt wahrscheinlich an der Sonne, ne? Fenster können wir ruhig mal aufmachen. Dachluken können wir auch aufmachen. Der Bus ist sonst noch in einem ganz guten Zustand, wie man sieht. Sieht noch ziemlich gut aus. So, am Halt 7 müssen wir halten. Ich habe nämlich gesehen, im Bild, da war ein Urban-Reisen-Bus auf dieser Linie. Darum dachte ich mir, ja, dann fahren wir die doch. Ich habe nämlich geguckt, wo Urban-Reisen fährt auf den Bildern. Ja, man hat die Linie gesehen, SB16 war noch und so, aber da dachte ich mir, ich bin die, glaube ich, noch nicht gefahren. Okay, so im Nachhinein habe ich gesehen, ich bin die schon oft gefahren. Aber ich glaube, das ist auch eine neue Linie aus Metropole Ruhr Add-on. Und, ähm, ja, Metropole Ruhr wurde ja generell bearbeitet. Da bin ich mal gespannt, ob die hier auch was getan haben. Ich glaube, das ist zum Beispiel neu mit den Taxen. Äh, hier fehlt mir irgendeine Textur, glaube ich. Ja, die Textur scheint verpackt zu sein. Gut, jedenfalls laufen da Leute lang. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob das Add-on ein bisschen verpackt ist. Ich weiß es nicht. So, wir fahren hier rechts rum. Bei was steht K? Chören schließen? Keine Zeit, um stehen zu bleiben? Keine Ahnung. Oder, keine Ahnung, ja, vielleicht steht es auch für keine Ahnung. Oder für Halt und Kinder machen? Keine Ahnung. Na, dafür keine Zeit, musst aber trotzdem stehen bleiben oder sowas. Meine Güte, das lohnt sich doch jetzt nicht, die Haltestellenbremse reinzumachen. Weil ich gleich Gas geben muss. Ich glaube, hier wurde was an den FPS getan, weil ich habe hier 20 FPS, sonst habe ich hier wenig. Hier sind aber auch gerade nicht so viele Autos unterwegs wie sonst. Hier ist sonst immer alles voll. Hört euch diesen Sound an. Kickdown. Schönes Wort, Diva. Mit ordentlich Power. Und schön laut ist es. Na gut, man fährt ja immer ziemlich hochtourig, dadurch, dass man nur drei Gänge hat, ne? Für den Benzinverbrauch kann das eigentlich nicht so gut sein. Können wir uns denn nicht anzeigen lassen, den Benzinverbrauch? Ne, geht tatsächlich nicht. Geht, glaube ich, beim Facelift. Moin. Hallo. Hallo. so passiert mal ist ja ein alter bus früher war in hamburg unterwegs jetzt ja ein botrop oder so eine harte steigung wieviel prozent mögen das sein zwölf mein letztens oder normalerweise steht doch bei solchen krasseren steigungen schild oder such was denn da da fehlt mast ich hab doch die objekte auf alle oder muss ich mal ganz kurz schauen ich hasse diesen back grafik ja habe ich komisch haben die da wohl ein schild vergessen ja kevin aus der schild da ist dann würde ich sagen nein das kann ich mir nicht erklären ja die bodentextur spackt total rum das kann ich mir nicht erklären oder sind das büsche die da auf dem gras sind irgendwie sind das büsche ne aber warum sollten hier büsche liegen das ergibt doch gar keinen sinn das werden irgendwelche warum halte ich hier überhaupt wenn irgendwelche gehwegplatten seien also gehweg texturen die bei mir irgendwie als büsche angezeigt werden gehe ich von aus warum sollte hier ja wird so sein woher wollen viele leute rein so innovationslinie mit euro 2 wo ich die war drei gänge ja besser geht es nicht mehr drei gänge menü hier obwohl es geht besser wenn ich auch schlückchen meiner komischen fanta weit berries ohne zocker trinkt die schmeckt echt komisch sehr süß ja ist ohne zocker aber sehr stark süßstoff lastig ist ja eine andere süße wie zocker hoch achtung stau das ist das da rechts ist das ein park automatisch der komisch aus ja ist er ich kenne nur in so großen säulen nicht auf so einem bestellte kommen ja komm du kannst ja mal rot werden ampel äh ja du kannst ja mal rot werden ne grün wow du kannst auch mal rot werden hier ampel wird mal rot das kostet dann super bei der roll 1 43 jaja obwohl geht eigentlich sind normale preise momentan ne aber man kann auch für 1 38 kann noch hier in hamburg wenn man glück hat so ist möglich das schwankt immer so zwischen 1 30 da musst du wirklich glück haben und 1 45 ungefähr aber meistens ist es rund um bei 1 40 und 42 so war alles immer teurer da wundert es mich nicht das hier sowieso 1 cent mehr ist als durchschnitt schon aber gut wir hatten auch mal preise bei 1 60 und so ne als das benzin noch aus russland kam muss man ja auch mal bedenken ne aber die zeiten zum glück vorbei ist auch kein besseres benzin als russland wieso haben wir denn schon drei minuten verspillten diese ampeln ey machen mich fertig oh warum wollt ihr jetzt schon drücken achso tickets dürfen gekauft werden glaube ich noch aus nix geht boah vollgas hier auf dem berg auf der linie habe ich jetzt noch nicht so viele neue gebäude gesehen muss ich sagen ich habe jetzt auch nicht sonderlich darauf geachtet aber bisher bin ich nicht so geflasht hier sind ein paar neue rechts tankstelle ist leider wieder alt ne das war mal cool ein paar neue tankstellen da hat glaube ich niemand was gegen mein tankstellen sehen auch relativ gleich aus immer aber gut man kann trotzdem eine neue machen mit auch einer guten tank preisanzeige nicht immer mit dieser alten noch mit super verbleibt und benzin verbleibt sowas gibt es ja überhaupt nicht mehr auch vom gegen vorne nicht nix geht nix geht tach tach aber geil Das ist doch auch ein spannender Objekt da. Horizont elektronisch verkaufen Reparatur. Und dann noch die Segefälder Apotheke. Die habe ich auch schon ausgespäht hier. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch extra verändert wurde, die Häuser auf der Linie. Aber man sieht ein paar neue Häuser. Finde ich aber auf jeden Fall gut, dass er generell noch was dran getan hat. Ich meine, das ist auch ein bisschen schade, dass die generell so spannender und lastig war vorher. Die Map. Und teilweise sehr liebe los. Man muss schon sagen, das war eigentlich schon Pflicht für den Preis, dass da noch was gemacht wurde. Aber ich muss sagen, mittlerweile kann man die ganz gut fahren. Es wurden doch noch Sachen behoben. Und ich weiß sowieso nicht, welche Map ich sonst fahren sollte im Moment. Im Moment gibt es nichts Neues, nichts Vernünftiges. Ja. Hamburg kann ich wieder fahren. Das habe ich so oft gefahren. Da brauche ich im Moment auch mal Ruhe fahren. Bremen bin ich neulich gefahren. Ja gut, ich kann Berlin mal wieder auspacken. Aber das ist immer der gleiche Scheiß. Erlheim-Laurenzbach, die alte Version. Ja. Im Ruhrgebiet bin ich länger nicht gefahren. Das kann man immer machen. Noch mal ein paar Linien abklappern. An all die Leute, die die Map scheiße finden. Ihr braucht ja nicht gucken. Ich zwinge euch nicht. Um ein Video in Dislike zu geben, bringt auch nichts in dem Fall. Ich habe die Map nicht gebaut. Außerdem ist das ja mein Geld, das ich bezahlt habe. Für die Map und nicht euer. Ha, Woi, 3-Gang ist schon nicht das geilste so. Ha, 4-Gang ist schon besser. Der beschleunigt und schaltet auch besser mit 4-Gängen. Der schaltet auch überhaupt nicht irgendwie hier. Ich glaube, der kommt einfach zu hochtourig. Oh, gib mir doch noch mehr Kleingeld. Du musst aber wirklich Kickdown geben bei den Karren. Sonst geht da nichts vorwärts. Taunus Straße. Taunus. Das war doch ein Ford, oder? Boah. Ford Taunus. Ah, die Bremsen sind sehr gut. Ich habe nur halb gebremst. Können wir uns den Bus ja nochmal hier in der Ampel von außen angucken. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. So ein Orbanreisen in dem Style, im PVG-Style. Kann man machen, oder? Auch gerade mit dem Schriftzug da hinten. Das kann man echt machen. Das muss ich mal gucken, ob hier eine Ampel ist. Ja, da ist eine, aber da kommt nichts. Ist ja nicht rot. Ist ja nur nicht grün, ne? Also muss ich auch rein theoretisch, könnte ich rein theoretisch fahren, nur muss die Vorfahrt achten. Ist halt nicht komplett grün. Und die war definitiv noch gelb. Außerdem bin ich Busfahrer. Ich darf noch über Hellrot fahren. Spechtstraße? Alles klar. Warum auch nicht, ne? Hauen wir mal den Warnblinker hier rein. Womit die Leute ein bisschen abbremsen. Dann werden die sowieso nicht machen, aber kann ja funktionieren. Hallo. Sorry. Wollte nicht die Tür vor der Nase zumachen. Hat wirklich gepasst. Ich mache hier gerade die Tür zu. Hallo. So im unhöflichen Ton. Ah, nimm doch die, ist doch preislich scheißegal. Wahrscheinlich bei der Kontrolle hätten die dann sogar gemeckert, weil das wäre so typisch deutsche Bürokratie. Gleicher Preis, aber nein, das ist ein anderer falscher Fahrschein. Das wäre echt lächerlich, muss ich sagen. Ist doch scheißegal. Oder teilweise, wenn du sogar zu viel bezahlst, wirst du ja ins Bein gepisst. Na gut, bei den Fahrkarten jetzt nicht so, aber bei vielen Sachen ist das so. Da zahlst du mehr als normal, letzten Endes. Und kriegst eine höhere Strafe. Zum Beispiel, wenn du parkst irgendwo, mit Parkschein musst du bezahlen. Du legst keinen Parkschein rein, kriegst 15 Euro Strafe. Du legst aber ein paar Schellen rein und überziehst, sag ich mal, 10 Minuten oder so, dann kriegst du direkt, was weiß ich, 25 Euro Strafe, glaube ich. Also das ist doch krank, dass du dann mehr bezahlen musst, obwohl du sogar schon was bezahlt hast. Weil das als vorsätzliche Straftat gilt. Ich hab doch nichts gerammt. Geht eigentlich gar nicht. Na okay, das Schild. Okay. Ich nehm's zurück. Ich sehe das Problem. Das ist natürlich dumm gelaufen, ne? Ich hab mir schon gedacht, dass es ein bisschen blöd da steht. Das ist echt doof, das Schild. Warum steht das da so? Wer hat das da hingestellt, welcher Idiot? Ich sag ja, deutsche Bürokratie. Warum ist der... Ne, jetzt ist er nicht mehr wirklich heller. Es lag an der Sonne. Der hier da oben. Aber wenn er leuchtet, ist er heller, oder? Ne. Es liegt hier auch an der Sonne. Hier ist heller. Ja, witzig. Du Mädels, ich hab aber Vorfahrt hier, ne? So geht das aber nicht, möchte ich mal ganz kurz sagen. Ich fahr jetzt gleich. Ja, schön, dass du mir reinläufst. Loll, da ist aber ein Linienabstand hier. Wahnsinnig weit. Kollege. Irgendwie fahren hier wieder neue MANs. Scheint wohl wieder ein Update gegeben zu haben, dass sich die AI-List wieder verändert hat. Aber Updates ist immer eine gute Sache. Nur ich find's scheinbar, dass jedes Mal die AI-List bei einem Update geändert wird. Oder wird sie positiv verbessert? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich mein, gut, wenn ich Kleber wär, hätt ich mir auch ein Backup davon gemacht. Ich darf das, ich bin Bus. Was war denn das gerade für Sound-Aussetzer? Moin. Guck mal, so eine Linie ist doch auch mal was Schönes hier. Schön so durch, gemütlich so hier eine 30er-Zone. Etwas enger. Frauen laufen durch Mülltonnen. Das ist doch auch mal was Schönes hier. Das gefällt mir. Das erinnert mich so ein bisschen an die Linie 332 hier in Hamburg. Oder 332. Kennt ihr die? So, wenn man von Bergedorf, also von Lubrügger Markt, so Ulmenlieter langfährt, bis zum Emilie-Günther-Weg geht das, glaube ich, hin. Ne, davor kommt noch eine. Wie heißt die denn? Weiß ich nicht. Aber die Ecke ist extrem schön eigentlich auch. Schön eng, interessant zu fahren, entspannt. Da kann man, glaube ich, auch ganz gut wohnen. Und du hast direkt einen Bus vor der Tür. Muss aber auch teuer sein, die Ecke. Stell ich mir nicht billig vor. Rielstraße heißt, ich glaube ich, danach, oder? Ach, ich weiß es nicht, ich bin die Linie lange nicht mehr gefahren. Also ich bin ja kein Busfahrer, aber mitgefahren halt. Ich will, damit ich die Frage direkt nochmal beantwortet habe, falls sich das gerade jemand fragt. Popöchen. Jetzt Wechselgeld, oder was? Meine Güte. Da gibt's kein Geld. Guck mal, da hast du hier mal so eine breitere Straße. Das ist eine richtig interessante Linie. Du fährst irgendwie überall einmal lang. Überland jetzt nicht so möglich, aber mal eine längere Straße hier. Hat so ein bisschen Überland-Style hier. Oh, Blitzer. Fuck, ich wird geblitzt. Witzchen kam mal drüber. Naja. Mögen 15 Euro sein. Mit Glück. An sich dürften es nur 15 sein. Eventuell schon ein Punkt. Als Busfahrer kriegt man ja normalerweise schneller Punkte und schneller höhere Strafen. Das ist ein Punkt. Nächste Haltestelle, Sportpark. Ja, der gute alte Notharn-Trick. Tag. Hallo. Hallo. Einmal Freistufe A, bitte. Rede noch langsamer. Danke. Achso, ich habe einen Warnblatt gehabt. Stimmt ja. Für die Sicherheit. Oh Gott, setzen wir auf. Oha, hier kann man aber leicht aufsetzen. Würde ich hier echt ein bisschen langsamer runterfahren. Scheiße. Ja, 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 tut mir leid. War doch nur der Bordstein, ist doch alles im grünen Bereich. Wir haben zwar nur 20 FPS, aber es fühlt sich wesentlich flüssiger an, muss ich sagen. Wollt ihr nicht rein? Dann kann ich euch auch nicht helfen, ne? Ist da mehr noch ein Bus? Nö, komisch. Ist da dahin gelaufen, oder so nicht? Ja, stimmt, das hat der Zopp jetzt gleich. Best. Tisch. 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 Bisch. Vielen Dank. Hm, die Ampel wird wohl gar nicht mehr grün. Können wir noch einen Schluck trinken, vielleicht mal. Der passt echt gut rein, hier der blau-weiße Bus. Ich finde, nach Hamburg passt der gar nicht so. Bei Hamburg ist irgendwie rot bzw. silber geprägt. Rot-Weiß passt echt nicht gut nach Hamburg. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber irgendwie passt das nicht. Das ist genau wie ein gelber Bus in Hamburg. So ein Darm-BVG-Bus. Das passt überhaupt nicht irgendwie. Aber hier finde ich, passt der blaue Bus super hin, irgendwie. Ich kann nicht sagen, warum, aber es ist so. Ja, das ist eindeutig Fußweg hier, der irgendwie eine falsche Textur hat. Also ich kann damit leben, aber es sieht irgendwie gescheuert aus. Nicht wirklich witzig. Äh, ne, sieht ziemlich witzig aus. Hoches Lichtern. Hier kommt schon wieder von der Sonne. Oh, fuck. Äh. Äh. Ich wollte auch noch eine coole Sicht machen und dann sowas. Das ist wieder typisch. Sowas regt mich jetzt auf, ja. Nur für euch. Nur für euch habe ich das gemacht, ja. Dafür könnt ihr wohl mal ein Like geben. Und abonnieren. Diese Innovativer. Jetzt bedanken die sich schon, dass man mit der Innovationslinie fährt. Warum ist der Mann so groß wie rechts? Warum laufen hier überhaupt Menschen über den Gras? Ja, ja, es ist kein Gras. Das war noch Busfahrer. Oh, gelb. Ja, ja, ich weiß, dass die Busampel rot ist, aber das hört mit dem Feuchten. Oder vorne scheint voll zu sein, wo ich halt muss. Hm. Verpiss dich. Sehr gut. Er hat doch mich gehört. Man muss nur klare Zeichen geben. Zweite Tür ist im Arsch. Warte, lassen Sie mich, das übernehme ich, wenn ich Bus fahre. Bitteschön. So, dann lass mal wieder her. Real machen. Real. Einmal hin, alles drin. Nein, das ist keine Produktplatzierung. Was wir ja mal gesagt haben. Huch, ihr wollt rein. 13. Das ist immer ein Betriebswort, ne? Ich hab keine Ahnung, welche Urbanreisen ist, welche Nummer. Ja, wir haben's ja gerade hier. Urbanreisen. Eigentlich könnten wir auch festische Schilder mal beim Auftrag der Festtische fahren. Aber rein theoretisch müssten wir das sogar. Oh nein, du Dödel. Ne, ich fährt da lang. Ich wollte hier zum Pauseplatz. Karana Platz. Umstieg zu älteren Buslinien. Stimmt, Wien könnte man fahren. Aber ist auch ausgelutscht. Jupp. Wir haben einen Reifen drin. Lüften wir mal ein bisschen hier. Sehr schön. Gut, das war's mit dieser Folge. Eventuell fahren wir in der nächsten Folge nochmal diesen Bus. Oder einen anderen Bus. Aber ich denke, wir werden nochmal auf Ruhrgebiet 4 bleiben. Hier am Bottrop. Schreibt doch gerne mal einen Bus oder eine Map in die Kommentare. die ihr euch wünscht. Ich kann ja nicht hell sehen, welchen Bus oder was ihr wollt. Und ich versuche es zu fahren. Wenn gegebenenfalls die Lust dann besteht. Ich glaube, ich habe keine Wünsche mehr hier. Kann sein, dass ich noch irgendwo Wünsche liegen habe. Aber dann sind die flöten gegangen, muss ich sagen. Ich kann höchstens nochmal gucken, ob ich noch was finde. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Oh, sieht nicht so aus. Wisst ihr mir immer was Neues in die Kommentare schreiben. Mal fahren, sollte. Oder möglichst auch gute, äh, gute Maps. Doch, hier ist noch ein Wunsch. Facelift mit Lübeck Repaint. Okay, vielleicht können wir einen Ex-Lübecker machen. Das wäre doch was, oder? Ex-Lübecker, jetzt... ...Urbahn reisen. Da müssen wir mal schauen. Und ETS-Wunsch. Aber ETS ist ja erstmal... ...stillgelegt. Aus. Gegeneinander ist... Nein, kein Bock. ETS spiele ich lieber so. Muss ich sagen. Naja, gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich gucke mal, was ich machen kann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.